Nochmal bitte? Operation 9 vor 5 Und damit sagen wir Hallo zum Video. Es geht um eine Eroberung. Ich bin, glaube ich, immer noch im feindlichen Team, soweit ich das mitgekriegt habe. Allerdings, ja. Wenn ich mich wechsel, dann wahrscheinlich schon. Gut, dann versuche ich doch mal gerade zu euch zu kommen, ihr Lieben. Tu das. Spieler ist am Leben. Selbstmord. Gute Nacht. So, es geht um klassische Eroberung. Nichts Neues. Was gibt's denn denn? Ich hab einen Kack gezählt. Du darfst nicht so oft wechseln. Das ist ja nett. Hier, Jungs. Leider kann ich nicht wechseln. Ja, das ist halt die Scheiße. Wenn du immer gewechselt hast, dann bist du dann zurückgebalanced. Ich sehe auch gerade, ich habe hier eine ganz komische Waffe. Die habe ich noch nie benutzt. Wie kommt die eigentlich in meinen Rucksack? Na ja, schon wenn du es nicht weißt. Ja, und auch schon gleich abgelost. Ein Zweikampf. So, AK-74M. Die habe ich schon noch nie ausgewählt. Hier, meine F-2000 will ich natürlich. Ich liebe. F-2000 ist meine Freunde. So, Granate. So, und rein. Der Bein-Fuhlmel. Granate und rein. Becker! Jaau! So. Jedi-Pack. Aufstehen. Zuwählen laufen. Duppen. Ich sage jetzt immer alles, was ich mache. Aufstehen. Springen. Interessiert, interessiert aber keinen, die Ascheine. Was soll ich denn sonst sagen, die ganze Zeit? Eigentlich spielen. Ja, nur gucken ist ja auch doof. Gucken, kacken, packen, picken. Gucken, kacken, packen, picken. Gucken, kacken, picken. Picken, packen, gucken, kacken. So, da waren ja welche. Die drüben ist deine erste Hilfe. Wir haben ja A. So, gleich mal gleich mal zwei umgemäht. Du Drecksack. So, und einen wiederbelebt. Das ist immer gut. Ganz toll, Jörg. Aus dem Weg, ihr. Das passt, n. Da lief doch einer. Oh, 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 oh. Du musst schon in Deckung gehen. Hier ist der Mini. So, kurz hier verweilen, heilen. Was sich reimt. Ja. So, nachladen. Nachladen ist immer gut. Oh, Mann, oh. Oh, das kotzt mich jetzt gerade an, ey. Nicht vorladen, sondern nachladen. Oh. Oh, wir haben uns gleichzeitig gegenseitig gekillt. Das ist immer das Ding. Ach, nee. Ach, hier. Mein guter Freund, der Matteo, hat mich getötet. Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Ups. Und gestorben. Hat einer ein Loch in die Wand geschossen. Sau, cool. Ja, erhöhtes Zerstörungssystem gibt's auch. Oh, je, ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Was habt ihr denn hier für einen Server ausgewählt? Oh, mein Gott. Ich bin tot in den Rücken geschossen, also mir wurde in den Rücken geschossen, dann bin ich gestorben, also... Wow, wow, was ist denn hier los? Meine Güte, meine Güte. Boah, bei mir rückeln's ey, wie die Sau. Ja, ich muss sagen, bei mir läuft's auch jetzt nicht spitze, also... Nein, scheiß Pechenecke. Wieso sind die Leute so gut mit dem Scheiß? Weil die Pechenecke eigentlich gut ist. Was, die Frechnette? Ist das nicht ein Parfum? Boah, ey, hier geht's ja so ab! Ah, du Scheiße! Ja, das ist die... Das ist die neue Metro. Ist doch schlimmer. Wir kommen von C, Gülle. Ich weiß gar keine, wo ich bin, ehrlich gesagt. Ja, ich muss einfach nur gucken, wo C und so weiter ist. Ja, ist ja schon gut. Ach... So, mal wieder gestorben. Und wieder rein ins Getöse. Wow, Kanade! Nein! So, punktemäßig sieht's ziemlich, 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 ziemlich ausgeglichen aus. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Das wird wirklich... Das wird beinahe ein Fotofinch. Na, das kann man jetzt doch nicht so genau sagen, oder? Okay. Oh... 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 O... Au, au, au... Autsch! Jawoll, ey! Reingekommen und gestorben. Das ist so wunderschön. Hier, dein Medikit. Danke. Wenn ich mir selbst das Medikit hinwerfe, sagt er auch immer, hier, dein Medikit. Ja, stimmt, genau. Ich muss da eigentlich immer sagen, hier, mein Medikit. Boah, ich aktiviere. Piley, ich bin bei dir. Wir haben hier über euch. Scheiße. Nach oben gucken. Alles Gute, kommt von oben. Jawohl, mit Pistöchen. Schnick, schnack. Oh, Duppi, hallo. Oh, hallo. Wo war der denn? Hier sind überall Wälder. So, das sieht ja wohl ganz eindeutig schlecht für uns aus. Ach, Pistöchen. Hört auf mich wieder zu beleben. Leider sieht es schlecht aus. Dieses Match werden wir wohl verlieben. Wow, wow, wow. Oh, Mann, Mann. Oh. Freddy rennt so arg. Jascha, es ist noch alles öffnen. Naja, naja. 49 zu 95, das ist doch schon relativ eindeutig. Oh. Warum wieder? Puh. Naja, gut, ich bin auch nicht wirklich sehr gut, muss ich sagen, momentan. Du schwätzt zu viel, Jaschi. Nee, ich, äh, ich hab das Gefühl, dass ich einfach, äh, oh, das sah jetzt sehr witzig aus. Äh, nee, ich, äh, ich, ich spiel zu unkonzentriert. Ja, das wird sein. Ich ziele zu sporadisch. Hier kommt das Medikind-Kumpel. Ich hab noch nicht den Dampf drauf. Ja, und ich riskiere einfach zu viel. Ja, sowas zum Beispiel. Du? Hallo? Einfach reinrennen. Reinspringen. Boah, alter Schwede, ey. Da lag noch einer. Da lag einer zwischen den Leichen. Das gibt's doch nicht. Geh doch mal weiter. Da hat sich doch verstärkt. Boah, jetzt habt ihr echt keine Chance mehr. Zwei, eins. Das war's. Oh, sch... Gut. Wir haben gewonnen. Verloren. Dein Team hat gewonnen. Lag ja am Team, lag ja am Team. War ein scheiß Team. Kann man ja immer sagen. War ein Noob-Team, gell. Ja. Der letzte, der mich so beschifft hat. Der Penner. So, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.